So, let's go, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen hier zu Sacred Line. Ja, wie ihr es hier schön sehen könnt, ein Klavier im Blut getränkt, es spielt perfekt, alles wunderbar, können wir gleich starten. Bitteschön, eines Tages, als ich in meinem Stuhl saß und dachte, dass meine private, äh, Detektiv, Detektivgeschäft, ähm, Oh, jetzt hab ich mich wieder nicht gelesen, ich hab mich dazu entschlossen, äh, ich kann nicht so schnell lesen. Shit hole, Scheißloch, Mann. Eine schwere, identifizierte Stimme, äh, hab ich gehört. Und sie zwang mich, zu einem Ort zu fahren, sofort. Es konnte ein blöder Scherz sein, oder etwas Psychopathisches, aber da war etwas Strenges in seiner Stimme. Auch wenn der Hintergrund irgendwie komisch war, es war irgendwie vertraut für mich. Ich packte meine Sachen und startete die Autos. Ah, ein paar Stunden später, hab ich den Platz gefunden. In der Nähe einer, was? Einer Militärbasis? Welche in den Wildern versteckt war? Was zum Teufel hab ich hier verloren? Ich hab mein Auto verlassen, hab meine Flasche, meine Flasche, meine Flasche, meine Flaschenappe gecheckt. Ich habe eine Kabine gefunden, eine, eine Hütte, die sehr, was... Was zum Teufel ist das denn? Okay. Okay, was, was, was geht hier verkehrt? Was geht hier verkehrt? Oh mein Gott. Okay. Okay. Oh, okay, 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 okay. Wie wär's? Äh, ist das Spiel abgeschmiert? Äh, oder? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, ja. Ja. Oh, oh, oh mein. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Okay. Okay. Was? Check Settings? Dürfen alles passen, oder? Graphics, Maus, ja, komm, dürfte schon passen. Controls. Ha, 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 ha. Ja, ist ja nix, ist nix ungewöhnlich, ist gut. Okay, das ist keine Einbildung. Der Himmel ist wirklich rot. Ja, das kann ich bestätigen. Hey, äh, diese Skelette oder was auch immer das war, die kommen jetzt nicht, oder? Oh, oh, ist das cool? Nee, das ist ja geil. Oh, oh. Okay. Okay, äh. Das ist, was ich, ja, das ist ein sehr minimalistisches Leser, äh, mit den, oh. Tag zwölf. Was ist ein Forestado? Auf jeden Fall, äh, 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 meh. Okay, gerne. Oh, hier ist ne Axt. Ich hab ne... Ich hab ne Axt. Okay. Okay. Ich hab ne Axt und werde jeden damit töten, ne? Der meint mir, zu nahe kommen zu müssen. Genau. Oh, oh, ui. Hey. Hey, ist Taschenlampe? Zwei Taschenlampe halten besser, die eine. Bin ich der Meinung. Oh, was ist... Nein. Das muss ich nicht wirklich, oder? Was zum Teufel? Okay. Okay. Okay, 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 okay. Hey. Hey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, okay, okay. Los, wir machen das zu. Verdammt. Wir verriegeln das jetzt. Ja. Nein. Ich muss jetzt echt runterspringen. Oh, mein Gott. Ich will da nicht runterspringen. Ich will da nicht runterspringen. Ich muss runterspringen. Oh, okay, 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 okay. Schutzschild. Ein Spiel von Sascha Darko. Oh, mein Gott. Heiliger. Okay, 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 okay. Wir sind leichterwiss. What the fuck? Was war das? Okay. Oh, mein Gott. Okay, okay. Da ist ja gar nichts. Oh, Gott. Was war das? Oh, Gott. Muss ich da jetzt runter? Oh, ich muss da nicht runter, oder? Muss ich da nicht runterspringen? Okay. Oh, cool. Was? Nochmal so ein Fall und ich bin meine Beide los. Oh. Oh, was ist das? Good way. Good way to go. Ein guter Weg, um da hinzugehen? Nein. Nein. Das ist eine Falle. Ich weiß, was das eine Falle ist. Das ist eine Falle. Haha. Das ist eine Falle. Ja, das ist eine Falle. Oh. Ich will da nicht hintergehen. Oh, Gott. Na toll. Soll ich da jetzt lang gehen? Soll ich da lang gehen, Leute? Ich weiß es nicht. Ist das eine Tür? Oh, Gott. Diese Türen sind geschlossen. Und hier ist ein anderes Loch. Vielleicht reinspringen? Oh, da... Oh! Da sind... Da sind Dinger. Da sind Zackene. Da... Nein. Nein. Da springe ich garantiert nicht runter. Garantiert nicht. Okay. Ich muss da lang gehen. Ich muss da jetzt... Ja. Ja. Sprichst du mal gescheit. Was ist denn das für Sprung? Los. Komm. Hä? Kann ich da nicht drüber gehen, oder was? Ich kann ja nicht. Och, komm. Nee, echt jetzt nicht. Ich kann ja nicht drüber... Och, das kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, oder? Ah, nee. Das kann echt nicht sein. Ich muss ja echt runterspringen. Nee, oder? Okay. Komm mal mit. Kommst jetzt mit. Ich komm jetzt... Boah, das sieht echt... Das sieht echt gruselig aus. So. Was zum... Warum hat die Musik aufgehört? Soll ich da jetzt echt runterspringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Soll ich? Soll ich? Okay, okay. Willkommen, Alan. Das ist ein kleiner Teil meiner eigenen Dimension, welche ich selbst kreiert habe zu Hause. Ich glaube... Ich glaube, du weißt, wer ich bin. Um die Wahrheit zu sagen... Ich selbst weiß es nicht mal. Ich soll es wissen, aber du nicht? Ich bin das Produkt von Energie mit der Kraft meines Gedankens und gewissen Aufgaben, die ich zu tun habe. Das ist alles, was ich sagen kann. Was? Ich war gerade davor zu sterben, aber ich habe dafür gesorgt, dich hierhin zu teleportieren. Im letzten Moment. Wow. Cool. Du enthüllst ein Versteck. Wow. Das ist ziemlich shiny. Aha. Du hast ein Versteck gefunden von einer sehr alten Sekte, die sich Heilige Intention nennt. Und in dieser Nacht hat es das Hauptziel erreicht. Man liest euch selber durch. Ich werde es hier nicht stundenlang lesen. Okay. Okay. Das sieht man hier irgendwie... Oh Gott. Das sieht echt... Das ist ganz schön uncool. Okay. Naja. War da was? War da was? Oh Gott. Oh Gott. Okay. 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 Kann ja nichts Schlimmes sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich laufe einfach. Ich laufe einfach mal irgendwo hin. Wird schon irgendwie richtig... Was? Wie? Was ist das? Wo sind wir hier? Finaler Test? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. 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 Dennis. Wenn das... Wenn es wieder versagt, nicht töten. Okay. Tu sie in die Abwässerkanäle und lass sie am Leben. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Was ist das für ein kranker Scheiß? Ey. Das ist echt... Okay. Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein... Psychosig Test. Hier ist nichts, oder? Big... What? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Was? Zum Teufel. Keine Ahnung. Was? Zweite Nummer ist vier? Hä? Aha. Irgendein Code oder was? Oh Gott. Was ist das für ein kranker Ort? Oh mein Gott. Ich will nicht mehr. Was ist das da hinten? Kann ich? Okay. Ich kann nicht rausziehen. Oh. Hier passiert nichts, oder? Hier passiert nichts. Hey Leute. Hier passiert nichts. Ein offizieller Promo. Oh. So ein Promo hat von diesen Holy Intentions. Cool. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh Gott. Poltergeister. Nein. Das hat mir gerade noch gefehlt. Oh. Das hat mir gerade noch gefehlt. Oh Gott. Na was suche ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Okay. Ein Silenziumraum. Oh. Okay. Die erste Nummer ist zwei. What? Und hier ist schon wieder so eine Taschenlampe. Okay. Okay. Jessica. Was? Sag mal. What the fuck? Was geht hier verkehrt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ganz ehrlich. Darf ich raus? Darf ich raus? Darf ich das? Ist das irgendwas böses? Was? Everything. Alles ist... Ja. Ich sehe es, dass alles komplett irgendwie komisch ist und... 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 Und irgendwie so... Oh Gott. Muscle room. What? Heiliger! Was? Ist das nur eine Dekoration? Oder bist du ein wahrer Christian? Das ist so strange! Oh. Okay. 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 Alles ist cool. Alles ist cool. Alles ist cool. Nein. Eigentlich ist hier nichts cool. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ich habe jetzt keine Zeit zu lesen. Ich bin viel zu aufgewühlt, um zu lesen. Mensch. Ich bin viel zu aufgewühlt, mein Lieber. Okay. 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 Maro. Sind hier überall Skelette, ha? Covered. Ah ja, super. Na toll. Ey. Ganz ehrlich. Ich... Ich... Ich verstehe es nicht. Was... Was geht es hier eigentlich? Oh, was geht es hier eigentlich? Okay. 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 Das ist so komisch. Gib uns deine Stadt und du kannst hier deine Werbung entsetzen. Das ist super. Oh. Ha. Was ist das hier? Oh. Okay. Oh. Okay. 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 Alter. Was? Was? Mastersroom. Kann ich hier echt nichts aufmachen? Code? Was zum Teufel? Warte, 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 was war das? Kann ich hier irgendwo nochmal... Code? 2, 1, 7 vielleicht? Ich hab doch keine Ahnung. Äh, könntest du... Hä? Äh. Okay. Oh! Was? Ah! Äh. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Geht einfach weg. Geht weg. Geht nach Hause. Oder ich geh jetzt nach Hause. Ich weiß sowieso nicht, was ist denn hier? Muss ich hier runtergehen? Ah! Ah. Okay. Oder kann man hier... Naja, wäre auch zu einfach gewesen, wenn hier die Tür aufgehen würde. Ah! Oh my god, ist das cool. Ist das episch. Das ist... Das ist echt cool. Ah. Ja. Oh, okay. Okay. Ich verstehe. Ah. Das ist echt cool. Mit diesen Rätseln. Hä? Ist irgendwas? Oh. Haha. Oh. Oh. Wo muss ich... Was hab ich denn? Was? Was ist das denn? Ist irgendwas cooles? Warum ist zum Teufel auf dem Klo eine verdammte... Äh... Wisst schon. Kamera. Alter. Das ist irgendwie schon leicht. Komisch. Oh. Oh. Hast du... Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Darum... Das. Oh. Oh my god. My god. My god. My god. My god. Oh what? Okay. 0... 1... 3... 4... Äh... Ich weiß es nicht. Was? Äh, aah. Fuora? Hä? Okay. Das Spiel ist komisch. Komisch. Wisst ihr das? Komisch. Es ist komisch. Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch am Leben bin. Folge den, 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 den Leuchtdingern. Hä? Hier. Ist es sowas? Und lass dich nicht von den Stürmen töten. Oh. Gut. Akzeptiert. Nimm mich gern. Mache ich. Oh. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung, was das hier alles mit irgendwas zu tun hat. Ähm, ja. Hatten wir irgendwas zu sagen? Okay, das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Darf ich das sagen? Ja, oder? Wo muss ich hin? Da hinten ist irgendein Gebäude. Ein vierkiges. Schauen wir mal. Achso, da. Und auf der Insel ist noch so eins. Und da ganz hinten. Oh, ich glaub, ich muss da ganz hinten hin. Hey, ganz ehrlich. Was ist das für ein hartes Spiel, oder? Hey, das ist... Oh. Okay, 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 okay. Oh, okay, ich kann schwimmen. Das ist gut. Oh. Oh, oh. Ich sollte mich beeilen. Ich komm irgendwie verdächtig nah. Sehr verdächtig nah. Hinten, oder? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ey, wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel halten soll. Das ist voll komisch. Das ist voll, das ist richtig, richtig streng. Richtig strange, hä? Aber es ist auch irgendwie voll cool. Weil es irgendwie so, 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 ja, versteht er, so komisch ist. Okay. Hier ist irgendeine Stadt mit einem Kirchturm. Ich geh einfach mal zum Kirchturm. Weil es das aufwächste Gebäude ist. Kein... What the fuck? Oh, drei Monde. Heiß. Okay. Wer... Wer, das ist jetzt irgendwie in... Ich muss jetzt in irgendeins dieser ganz kleinen Häuser rein. Hey, dann geh ich aber ab wie Schnitzel. Ja, super. Kann ich da nicht reingehen? Ach, toll. Ach, Gott. Gute Güte. Kann ich hier reingehen? Nö. Scheiß Drücke. Ey, das war ja uncool. Das ist zwar schon leicht uncool. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das... Ey, wo muss ich jetzt hingehen? Kann mal bitte jemand hier eine Meldung machen? Nö. Hä? Wo, 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 wo muss ich hin? Oh. Da hinten. Da ist... Ein Rohr. Geh mir mal hin. Das ist bestimmt lustig. Ich mein... Wird mich nicht wundert, wenn ich da hin muss. Also vom komischheitsfaktor. Okay. Ey, das Spiel ist so krank. Ey, das ist so krank. Äh... Okay. Okay. Ich hab anscheinend diese... Äh... Stürme... Abgehängt. Und... Jetzt mach ich mich mal auf dem... Ja, auf den Weg ins Rohr. Oh. Muss ich da rein? Ja, bitte, oder? Ich weiß es nicht. Hallo? Wo ich da hin? Kratschi? Ja, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Möglich? Muss ich da reingehen? Keine Ahnung. Kapitel 2. Revelations. Oh, okay. Yo. Was? Was? Was tust du... Was erwartest du hier zu finden? Ich weiß es nicht. You can nothing do anyway. Du kannst nichts dagegen tun. Der Prozess ist am... Ist am Starten. Ach, ich bin so langsam am Lesen. Ich hasse Übersetzen. Irgendwie... Du weißt nicht, was ich bin. Und du brauchst es auch nicht. Es... Spielt keine Rolle. Ich bin... Was? Ich bin dein Freund in dieser Situation. Ha! Also, ich geh jetzt mal links, weil rechts sind irgendwie ganz wenig Bäume. Das... Keine Ahnung. Okay. Sind hier irgendwelche Viecher? Nö. Cool. Also, ich... Ich... Also, ich würde einfach jetzt mal so rein vom Optisch, ne? Finde ich das wirklich... Was? Nur ein Zuschauer? Hey, hey, hey. Hey, hier kommt kein Monster, oder? Hey, hier kommt jetzt kein Monster. Hey, verarsch mich nicht. Hey, verarsch mich nicht. Wo muss ich überhaupt hingehen? Ich hab doch keine Ahnung. Was? Diese aufgerufene Quelle bietet Geld und Macht und irgendwas, was ich nicht lesen konnte. Da ist irgendwas Schwarzes. Soll ich jetzt noch wieder zurückgehen, weil das irgendwie uncool ist, oder? Ich weiß nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Menschen von diesen Ländern sind die Albträume der Erde. Okay. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Das gefällt mir. Sie attackierten Europa. Und sie werden nicht aufhören. Okay, das sieht nicht cool aus, was da hinten kommt. Ey. Wie denkst du darüber, oder was, oder wie sollen wir sie töten? Vor allem... Ich weiß es nicht. Bin zu langsam. Ich kann nicht zocken. Und, Alter, das ist echt uncool. Was ist das? Ha! Was? Sei bereit. Das ist nur der Anfang. Was? Und bereite dich mit einem Treffen mit dem mysteriösen Anrufer. Oh, nein, 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 nein. Bin ich jetzt richtig gegangen? Äh, passiert dir noch was? Höh! Was? Wo bin ich jetzt? Okay. Was zum Teufel? Was? Kommt zu mir, Ellen. Ich bin's. Sarah! Deine Schwester! What? Na. Ha! Ha! Was? Sarah? Bist das wirklich du? Anscheinend. Sonst. Aber die fliegt irgendwie ein bisschen zu komisch. Ey, das macht's nicht. Höh! Oh! Was zum Teufel? Ich schau weg. 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 Kapitel 3. Was? Zum... Zurück in Europa? Alter? Ist da gerade ein Auto vom Himmel gefallen? What? Äh, okay. Äh, ich schau jetzt... War das jetzt nur einmalig? Weil das irgendwo... Oh, mein Gott. Oh! 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 Wow! Okay. Wo muss ich auch hin? Okay, da hin auf jeden Fall nicht. Vielleicht hier hin? Oh! Ey, das Spiel ist so komisch. Oh! Oh! Ein Loch. Na, dankeschön. Wo muss ich hin? Sag mal, um was geht's hier eigentlich? Es geht hier um irgendwie Europa, um irgendwie Menschheit ist böse. Was zum Teufel? Wo muss ich jetzt lang? Good Lord! Vielleicht hier? Oh! Oh, mein Gott. Okay. Was zum... Teufel? Wie, das war's? Hä? Hä? Was war jetzt der Sinn von diesem Spiel? Oh, cool. Aber trotzdem, ich fand's cool. Oh, mein Gott. Nicht schlecht. War cool. War irgendwie... War was anderes. Ja? Mensch. Mensch, das war halt schon irgendwie cool, ja? Oh, ey. Na ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab's gefallen und würd mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal von... Ähm, ja. Ja, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Oder bei was anderem. Keine Ahnung. Na ja. Mein Name ist Ben und ich sage für... Sacred Line... Auf Wiedersehen. Tschüssi!